Wie nimmt man in einem Musikstudio auf? Diese Frage wollen wir hier für die Freizeitstätte Kiste uns überlegen. Und zwar haben wir ein Audio Setup, ein technisches Setup von diesem Phonic Helix Board. Das ist eine Soundkarte mit insgesamt 18 Spuren und wir haben Cubase 6 und wir haben die Maschine. Die brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Also wir haben uns im ersten Teil des Tutorials, das ist der zweite Teil, haben wir uns ein Beat runtergeladen und jetzt werden wir drauf was rappen. Ich öffne jetzt Cubase 6. Cubase 6 ist ein DRW und Digital Audio Workstation, die sehr schön mächtig ist und hier nehme ich gleich eine vorbereitete, ein Preset, eine vorbereitete Projektdatei und speichere, das machen wir hier so bei mir, bei meinem Benutzer, in die eigenen Dokumente, in meine Projekte und da mache ich einen neuen Ordner und der heißt 2011 05 für Mai und 31, also rückwärts das Datum und dann Test nenne ich das jetzt. Kann ich natürlich auch anders nennen. So, jetzt lädt gleich Cubase und das allererste was wir jetzt machen, das wichtigste ist nochmal speichern. Datei speichern. Test. So, jetzt können wir anfangen, sonst ist möglicherweise später was weg. Nun eine kleine Anleitung wie, was wir jetzt eigentlich sehen. Also wir sind bei Cubase Artist 6 und wir haben ein Projekt, das heißt Test. Das hier ist das Projekt Fenster. In dem Projekt Fenster sehen wir als erstes unsere vorbereiteten Spuren. Das war dieses Preset mit den drei Spuren und einer Gruppenspur. Wichtig für uns sind diese beiden Spuren. Auf die können wir aufnehmen, das sind ganz normale Monospuren. Das hier ist die Spur mit der Maschine. Die Maschine mit der kann man selber Beats machen, das machen wir aber nicht, sondern was wir machen, ist, wir ziehen uns jetzt erstmal auf eine noch nicht, auf einen leeren Bereich, da wo noch keine Spur ist, ziehen wir uns erstmal unseren Beat. Und zwar am besten auf etwas leeres. Dann kommt hier ein Dialog, wo ganz wichtig ist, dass er die Kanäle aufteilt. Okay, jetzt haben wir hier fünf Spuren. Genau genommen sechs, weil die Gruppenspur auch als eine zählt. Diese Sachen laufen immer gleichzeitig und zwar genau an diesem Strich entlang. Wenn ich jetzt Play drücke, kommt da unser Beat. Und dieses Teil hier, das läuft so lange, bis es entweder, ja, bis für immer oder bis es irgendwo anstößt. Nämlich hier, das ist quasi ein Ende und auch ein Anfang. Und in dem ist es praktisch gefangen, wenn das Ding hier an ist. Ich zeig das mal. Schups. Das will ich oft nicht, deswegen mache ich das jetzt aus. So. Also, was sehen wir hier in dem Fenster? Das schauen wir uns gleich an. Im Projektfenster sehen wir jetzt eben unsere Spuren hier, die übereinander angezeigt werden. Und je nachdem, wo ich hinklicke, sehe ich hier noch Zusatzinformationen zu den Spuren. Hier zum Beispiel bei der Hook, ich kann es auch immer benennen. Das ist einfach nur ein Name. Kann ich jederzeit so benennen, wie ich das will. Bei dieser Spur sehen wir, dass es eine Monospur ist. Und zwar ist die im Audioface an dem Kanal 10. Wir haben 18 Kanäle. Das sieht man eben auch hier. Das ist 16 mal das gleiche. Hier bis 16. Zwei sind noch intern. Die sieht man jetzt hier nicht. Und wir arbeiten meistens mit dem 10er Kanal. Und wenn ich hier den falschen Kanal einstelle, dann horcht diese Spur praktisch an der falschen Stelle und kriegt nichts mit. Hier unten sieht man jetzt den Mixer. Der Mixer besteht aus drei Teilen. Der erste ist, das ist das hier, von 1 bis 18. Das, was quasi wir an Kanälen haben, die von dem Audiointerface, von der Soundkarte reinkommen. Da können wir quasi 18, also genau genommen für uns eigentlich eher 16, verschiedene Mikros anschließen und die gleichzeitig aufnehmen. Zum Beispiel auch auf 16 gleichzeitige Spuren, weil zum Beispiel eine Spur dann eben auf 10 horcht und die nächste kann ich anstellen, dass sie eben auf 11 horcht und so weiter und so weiter. Das ist für uns jetzt aber nicht so wichtig. Also wir brauchen nämlich nur eine. Die beiden habe ich ein bisschen größer gemacht, weil das sind die, die wir öfter mal benutzen. Gut. Und hier sieht man eben das, was reinkommt. Und hier auf der Seite sieht man das, was innen drinnen passiert. Das ist praktisch hier Hook, A, Maschine 1, Group 1 und so weiter und so weiter. Das sind genau diese Spuren. Die verändern sich auch, wenn ich da draufklicke. Dann werden sie angewählt. Und was ich jetzt als allererstes mache, das sind wie gesagt die Sachen, die innen drin passieren, ist, dass ich diesen Monospuren, die sind quasi alle Mono, bis auf die Maschine, die ist glaube ich Stereo, dass ich denen sage, wo sie anzuordnen sind, wo im räumlichen Ding. Stereo ist immer links-rechts aufgeteilt, Mono ist praktisch an keinem Ort. Jetzt kann ich sagen, wo soll dieser keine Ort sein im Stereo. Und dadurch, dafür kann ich das hier nach links schieben und das nach rechts schieben. Und das sieht man jetzt, wenn ich das nicht habe, hier ist links und rechts, die beiden sind ein bisschen unterschiedlich. Die bewegen sich ein bisschen unterschiedlich. Hier sind sie aber exakt gleich, weil sie eben beide in der Mitte sind. So, jetzt sieht man, es ist hier ein bisschen unterschiedlich. Das ist der Stereo-Effekt, den ich habe. Das kann ich später auch mit meinem ganzen Gesang machen, dass ich den eher nach links oder rechts tue. Ihr hört jetzt von meinem ganzen Stereo-Geplänkel nix, weil ich hier gerade in Mono aufnehme praktisch dieses Video. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist hier, der Stereo-Out. Das ist praktisch das, was am Ende hinten wieder rauskommt. Das ist das, was reingeht über unser Audi Interface. Das ist, was innen drin im Programm steht. Und das ist das, was wieder rausgeht. Beim reingehen und beim rausgehen können wir was haben, was sich Clipping nennt. Das zeige ich jetzt mal. Ich mache jetzt mal eine Testaufnahme. Hier habe ich aktiviert, dass er auch diese Spur aufnimmt. Ich kann auch mehrere Spuren gleichzeitig aktivieren, aber ich baue jetzt mal nur eine. Also, jetzt mache ich eine Aufnahme. Jetzt seht ihr, wenn ich hier spreche, den Ausschlag. Was ich jetzt generell mache, ist, dass ich das hier erst mal leise mache, weil es mich gerade nervt. Das heißt, ich habe das gemutet. Das hört man jetzt einfach nicht. Man kann zum Beispiel auch Solo machen, da würde man nur das hören. Aber jetzt sind die beiden gemutet, die sind leise, die anderen hört man. Da ist nix drauf, da ist nix drauf, deswegen höre ich auch nichts, wenn ich hier das Play drücke. Stille. So, wenn ich jetzt hier aufnehme, dann seht ihr praktisch, ich kann das noch ein bisschen größer machen. meinen Ausschlag, also den Ausschlag quasi das, was ich gerade spreche. Und das, was ich jetzt gerade so sehe, das ist ganz angenehm. Das ist ungefähr die Lautstärke, die ich auch später so brauche. Wir pegeln bei uns nämlich ein, direkt an diesem, direkt im Programm. Das geht aber nur, wenn hier dieser Regler, dieser Kanalregler genau da ist, praktisch bei Null. Ganz wichtig. Wenn der da nicht ist, dann klappt das, was ich sage, klappt nicht. So, wieder rein. Also, wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich das Ganze nochmal in groß. Das hier, das sind Wellen. Das ist eine Welle. Geht nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist nur, wenn ich ganz praktisch nah hingehe, sehe ich das ganz genau. Das ist wirklich eine Welle. Und diese Welle, die kann der Computer aufzeichnen, bis er da oben ankommt. Wenn er da oben ankommt, dann muss er den Rest wegschneiden. Das will ich nicht. Das nennt sich Clipping oder Peaken oder Übersteuern. Und das zeige ich jetzt mal. Also, wenn ich hier normal spreche und jetzt total reinschreie, sieht man, dass ich zum einen jetzt sind wieder alle wach. Hier oben ist ein bisschen glatt geworden. Das kann ich nachher noch genauer zeigen. Das heißt, dass da eigentlich die Welle weitergegangen wäre, aber nicht konnte. Deswegen ist die abgeschnitten. Das ist dann schlecht. Hier hat es geklippt. Das heißt, es ist eben zu laut gewesen. Das war hier auch. Das sieht man auch dann wieder. Es ist hier rübergegangen. Das heißt, da hat er bestimmte Informationen verloren. Diese Information, die er da verliert, kann ich nicht wiederholen. Deswegen müssen wir einpegeln. Das Einpegeln machen wir hier an dem Teil, am Gain-Regler. Der Gain-Regler, der ist wichtig und den werde ich jetzt erst mal auf ganz runter drehen. Dann wird es hier leiser werden, weil auch einfach das, was ich reinspreche, natürlich leiser gemacht wird. Das ist ein Lautstärkeregler. Jetzt habe ich wieder auf die Ausgangssache, bin ich wieder hochgegangen und jetzt mache ich mal lauter und ganz laut. Dann werdet ihr sehen, dass es jetzt konstant klippt. Das hört sich komisch an und man sieht eben, dass es oben und unten abgeschnitten ist. So, jetzt gehe ich wieder auf eine Lautstärke, die passt. Und zwar ungefähr die hier. Das heißt jetzt, auch wenn ich noch ein bisschen lauter reinrede oder sowas, klippt es noch nicht, komme ich noch nicht oben und unten an. Gleichzeitig ist es nicht zu leise. Es ist immer wichtig, dass wir hier überhaupt einen Ausschlag haben. Den sollte man auch sehen können. Der sollte aber nie so hoch sein, dass er oben und unten ankommt. Dann klippt er nämlich. Lieber ein bisschen leiser aufnehmen als zu laut. Alles, was zu laut ist, wird weggeschnitten. Alles, was zu leise ist, können wir lauter machen. Hier hat er wieder geklippt. Klicke ich weg. Und wenn man jetzt eben hier hinschaut, sieht man eben, das ist oben und unten einfach abgeschnitten. Hier genau bei Null. Und es hört sich dann auch komisch an. Ganz laut. Und dann werdet ihr sehen, dass es jetzt konstant klippt. Und dieses Krächzen, das Übersteuern, wollen wir nicht. Ich mache das Ganze jetzt wieder weg. So. Und jetzt mache ich eine Testaufnahme. Was ich normalerweise jetzt noch machen würde, ist, dass ich den Monitor anmache. Dann würde ich genau das hören auf meinen Kopfhörern, was auch gerade hier reinkommt. Und es geht quasi nicht den Umweg durch mein ganzes Programm, sondern ich höre nur das, was reinkommt. Das heißt aber auch, dass wenn ich hier mit dem was aufnehme und danach was abspiele, dass man das nicht hört, weil man hört ja nur, was gerade reinkommt, nicht was im Programm drin ist. Wenn ich das ausmache, hört man das eben schon. Gut, jetzt mache ich ihn mal weg und mache mal eine Testaufnahme. Na, was habe ich noch vergessen? Ich bin die noch gemutet. Alle Schlampen, außer Mama. Nur die Mama ist voll der Hammer. Ihr seht schon, an mir ist ein riesen Rapper verloren gegangen. Das ist jetzt praktisch das, was ich gerade aufgenommen habe. Das kann ich jetzt auch jederzeit nochmal verändern, duplizieren, rumziehen. Ich kann es hier verschieben. Ist nicht unbedingt die beste Idee, weil es dann nicht mehr vielleicht zu meinem Beat passt. Hätte ich so ein Flow, dass es überhaupt einen Unterschied machen würde. Naja. Ich kann hier vorne das kleiner machen. Ich kann das hinten länger machen. Ja, länger machen kann ich es nicht. Kürzer machen kann ich es nicht. Ich kann es schneiden. Länger ist die Aufnahme ja nicht. Ich kann es duplizieren. Zum Beispiel gehe ich hier auf Bearbeiten, Kopieren und dann tue ich es hier wieder einfügen. Schöne Sache. Ich kann es auch mit allen möglichen Tastaturkombinationen machen. Ich kann es hier auf eine andere Sache tun. Ich kann es zum Beispiel jetzt hier auch so laufen lassen, weil eben immer alles, was laut ist, auch gleichzeitig abgespielt wird. Ich mache das mal aus, damit man das besser hört. Habt ihr jetzt gehört, dass es praktisch gleichzeitig kommt. So. Und was machen wir jetzt mit sowas?